Da wurde ich auch mal frech unterbrochen, mein Ladekabel wurde mir geklaut von meinem kleinen Brüderchen. Ja, schön, jetzt muss ich mich beeilen. Mein Brüderchen hat mir natürlich mein Ladekabel geklaut. Jetzt muss ich mal gucken, wie mein Handy jetzt keine auflade. Egal, wir starten einfach mal hier direkt durch. Wie gesagt, ich komme ab und zu mal durch das Mikro, weil das ungewöhnlich ist. Jetzt mit dem Mikro zu arbeiten, ich habe ja sonst immer nur die Kamera da dran. Und, ähm, Kopfhörer und dann labbe ich dich damit, das geht auch ganz gut. So, dann werden wir uns jetzt mal hier eben vergrünen. Einfach mal hier sozusagen, wir schnatzen hier alles kaputt. Ich gehe gleich um diesen Stein auch da rum und dann muss ich hier, ich weiß nicht, was jetzt hier... Ich will mal nicht hoffen, dass sie jetzt mir in die Quere kommen. So, hier könnte man natürlich noch ein Lager errichten, denn hier sind nämlich noch ein paar Sachen. Da würde ich sagen, wir bauen unser Haupthaus hier hin. Wir schicken nämlich die Jungs hier rüber und ich kann sagen, sie sind dann hier fertig. So, jetzt geht es mir nämlich noch um diesen Stein, wobei ich, ähm... Doch, in dieser Armee werde ich hier erstmal vor diesen Toren sitzen. Und mit denen wandere ich los. Achso, das ist mein Haupthaus, was gleich aufgebaut wird. Ja, das ist gut. Dann wird das wohl gleich dieser Weg sein hier. Oder? Ne, dann müssen wir eigentlich auch noch lang. Und wir gehen eben nochmal hier lang. Wenn nicht, dass irgendwas uns erwartet, da habe ich keine Lust drauf. Ja. Schneekatzen. Auch für tausend Lenya mache ich mir die Schneekatzen platt, denn die können auch hier einfach sagen, Woh, ich laufe einfach eine Runde und hol mir natürlich dann meine schönen Menschen. Schneekatzen, ade. So, kurz dann Steine stoppen. Natürlich haben die hier ein bisschen kleinen Sichtradius. Kommen aber als erstes an, das ist das Beste an denen. Gut, die Armee ist gleich hier unten wieder. Und muss dann wohl hier so einen Weg beschreiten. Irgendwie, ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme. Ich lasse die dann automatisch kurz davor immer hinlaufen. Jetzt geht mir nur rum das hier von dieser Seite, weil hier kann mir keiner mehr was tun. Aber andersrum natürlich, so. So, ihr beiden Hasen. Ihr werdet, wo ist die Lenya? Lenya, Lenya, Lenya. Ich glaube hier war es. Eisen. Oh. Ich kann ja auch nicht rauszoomen. Wo war denn jetzt Lenya? Muss hier oben weitergewiesen sein, oder? Turm. Dann geht es doch hier runter. Tut mir jetzt halt, dass ich jetzt da, 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 da ist. So, jetzt müsst ihr mich für dumm verkaufen. Ich weiß sogar nicht mehr, wo ich da... Hä? So, ich habe die hier vorbeigeschickt. Dann ist da hier unten so eine komische Abgabelung gewesen, da. Dann bin ich doch hier langgegangen. Oder bin ich jetzt ganz dumm? Da ist es. Da hin, mein Jungs. Jetzt hier noch einen Steinschmelz hinbauen und hier noch einen Steinmetz. So. So. Was haben wir denn hier schönes? Ja. Machst du mal klappen. Es ist mir klar, dass wir nicht mehr viel überlebt haben, aber ich gehe erstmal hier zu dem... Ayopayo. Oh, 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 oh. Gute Zwergenaxt. Nehmen wir doch. Was haben wir denn jetzt hier? Was ist das? Hier den Schein einmal lang von... Ah. Okay. Quest erfüllt. Okay, die haben auch keine Chance. Wollt ihr mich jetzt ärgern oder was? Wollt ihr mich jetzt ärgern oder was? Dann ärgert mich mal weiter. Habe ich aber sowas von kein Problem mit. So. Gute Wahl, Mensch. Nehmt dies und bringt es einem Schmied. Machen wir. Habe bekommen. Alte... Alter Orkhelm. Gut. Hören wir das auch. Es ging ja ein Part nach unten. Und zwar werden wir jetzt mal eben hier hingehen. Ich habe nämlich keine Lust, dass wir nachher irgendwelche untreuen Dinger hier mir irgendwas antun wollen. Hier ist so ein Silber, kann ich sperren. Ah, da wusste ich es doch auch nicht. Ah, da wusste ich es doch auch nicht. Egal drauf. Jetzt ist es egal. Jetzt ist es auch zu spät. Okay, die beiden... Ähm... Hören Turm hin. Dann habe ich noch einen. Wo ist der denn? Ach, du bist da. Okay. Dann kannst du doch... Wir sind doch hier noch näher. Eisen... Aber irgendwo war doch noch... Da. Das am Werke. Alles platt machen. Dann verbinden wir uns mit unseren Brüdern wieder und gehen an diese Position, welche glaube auch dann die richtige ist. Und in der Zeit können wir... Was haben wir denn hier noch? Können wir zwei machen. Das sind zwei. Einen Bogen schützen nochmal da. Der fehlt aber in dieser Gruppe. Fünfundfünfzig kriege ich jetzt auf einer Gruppe. Fünfundfünfzig kriege ich jetzt auf einer Gruppe. So. 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 Dann brauchen wir noch einen davon. Und davon. Hier kommt auch noch hier hin. So. 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 Beziehungsweise. Ganz. Ganz. So. 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 stoppen und sagen, ja halt stopp, ihr macht jetzt nichts mehr, sondern, bleibt jetzt einfach stehen, da halt aus dem Grund, es würden wohl die Ressourcen verloren gehen, ich bin mir da nicht sicher, ich weiß es auch leider nicht mehr, kann natürlich sein, kann passieren, aber dann haben wir natürlich Pech, in dem Sinne 30 hier, müsste nochmal eine 30er Menge, oh 32 ist da, dann gehen wir mit denen und denen erstmal hier an diese Position und sagen, aber in der Reihenfolge, Platz 1 auf Platz 2 und dann werden wir von vorne nach hinten jetzt erstmal gleich durchstarten, diesen Turm ist mir schon mal bekannt geworden, ich weiß aber leider nicht mehr, was der zu bedeuten hat, wenn ihr es wisst, unter euch noch die Leute, die es mal gespielt haben, vielleicht ist das irgendwas besonderes, ich wusste es mal, aber kannst du leider nicht mehr, man muss es meinem Köpfchen sagen, so, man, man manege, manege bereit in den Zirkus, okay, so, jetzt hoffen wir mal, dass das dieser Weg ist, hier um ist erstmal noch ein Reisestein, aber ich glaube, scheint der Richtige zu sein, ach, guck mal einer an, die feige Ratte von oben, Tor der Zwergenstadt, ja, ich glaube, eher gleich weniger, vielleicht überrenne ich erstmal das Mistding hier, Marsch, 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 und zack, von hinten, schön, direkt ist das Schuss und dann sofort ist abgetot, wir brauchen das Ding nur berühren, die Armee, da ist jeder schon tot, die ganzen Bodenschützen, haben so einen Mars und die Axtwerfer haben, so einen Mars da drauf, ist unglaublich und dann.